Der Coronavirus stellt sich vor besonderen Herausforderungen. Um Ihre Einrichtung bestmöglich zu unterstützen, haben wir den neuen Service der kontaktlosen Kita-Fotografie eingeführt. Maximale Sicherheit für alle Beteiligten. Wir arbeiten strikt unter Einhaltung des offiziellen Sicherheitskonzepts, sind Anmeldungen zum Fototag und der Verkauf finden komplett online statt. Kontaktlos und sicher. Für Sie als Einrichtung heißt das ein minimaler Aufwand, denn Sie haben im Augenblick ja schon genug um die Ohren. Daher reduzieren wir Ihren Aufwand auf ein Minimum. Sie müssen keinerlei Materialien oder Fotos mehr verteilen. Selbstverständlich stimme ich den Fototag detailliert mit Ihnen ab und halte mich an alle Antworten. Zum Schutz aller Beteiligten, insbesondere der Familien und Erzieher, setze ich außerdem folgende besondere Arbeitsschlussmahnsnahmen vor Ort um. Die Anmeldung erfolgt nur über Interesse. Die Eltern können selbst entscheiden, ob ihr Kind am Fototag teilnehmen soll oder eben nicht. Fotografiert werden nur online angemeldete Kinder. Meine gesamte Ausrüstung und jegliches Equipment wird vor jedem Fototag kundlich gereinigt und desinfiziert. Nach Absprache mit Ihnen betrete ich Ihre Einrichtungen so, dass ich Ihren Ablauf in keinster Weise störe. Bei der Arbeit selbst halte ich einen Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen Personen ein, insbesondere bei den Kindern und dem Einrichtungspersonal. Während meines gesamten Aufenthalts in Ihrer Einrichtung werde ich eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und werde die auf Wunsch auch draußen tragen. Wenn Sie es wünschen, machen wir auch kein klassisches Ruppenbild, sondern ich erstelle Ihnen eine tolle Collage aus den Einzelporträts der Kinder. Ich reinige und desinfiziere meine Hände regelmäßig. Auch verwendete Ausrüstungsgegenstände oder die Visiten, die benutzt worden, werden regelmäßig desinfiziert. Sofern wir in Ihrer Einrichtung fotografieren und es bei Ihnen nötig ist, achte ich stets auf eine Beluftung des Raums. Nach dem Fototag erfolgt die Bestellung kontaktlos. Es werden also keinerlei Materialien, wie zum Beispiel Bestellzettel oder Namenskarten, ausgänglich. Der Verkauf der Fotos erfolgt komplett online. Und wie Sie es von mir immer gewohnt sind, werden Fotos direkt per Post an die Eltern versendet. Sie müssen nichts in der Einrichtung verteilen. Ich freue mich darauf, auch in Ihrer Einrichtung tolle Fotos machen zu dürfen und den Eltern trotz dieser gewissen Unstände tolle Erinnerungen an die tolle Kita-Zeit zu ermöglichen. Vielen Dank.